Lass mal die Impfstoffe ankommen. Das klingt wie so ein Mixer in Aktion bei dir. Ich bin schon wieder platt, ey. Der Radius davon ist so krass, du plättest mich jedes Mal damit. Alter. Lunder. Ich werd so ein richtiger 2D-Charakter, ey. Risk of Raid 1 Nostalgia hits hard. Der Charakter. Go to Horny Jail. Oh, der Sound ist der beste. Der Sound passt halt so perfekt. Was, wenn ich tanze und das mache? Das erinnert mich an diese richtig alten GTA-Teile. Wo du aus der Luftperspektive spielst, ey. Jaja, das ist eher GTA 1.